Hiag wandelt die ehemalige Industrieareale in attraktive und lebendige Quartiere um, wo sich Menschen und Unternehmen nachhaltig entfalten können. Wir finden darum, dass die Stadt und ihre Quartiere lebenswert und vielfältig sein sollen. Sie müssen zudem innovativ und ressourcenschonend entwickelt werden. Wir als Hiag freuen uns darum, den ersten Smart City Hackathon in Weziken aktiv unterstützen zu dürfen, sodass wertvolle Impulse für die smarte Stadt Weziken gegeben werden können. Wir sind gespannt auf Ihre innovativen und konkreten Lösungen und wünschen allen Entwicklerteams viel Spass und Erfolg.